Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran, die auch noch seltsam sitzt. So, und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario Color Splash. In der letzten Episode haben wir vorerst alles gemacht, was wir konnten. Hier im Holunder, Büchtlein, Flieder, Bucht, irgendwo jedenfalls. Oh! Unser nächster Anhaltspunkt. Was, Holunder? Ah, Holunder Passage, na gut. Ein Wort hatte ich. Jo. Jetzt fragt ihr wahrscheinlich, okay, gut. Wohin geht's als nächstes? Und es geht nicht dort als nächstes, denn es geht zuerst mal hierhin als nächstes. Denn wir haben hier noch einen Brief. Warum tut jetzt mein Hals weh? So, ich muss jetzt leider... So ein Ding snacken. Aber das hört man endlich halt so sehr aus. So, wie gesagt, ich bin immer noch in diesem Limbo von krank sein, nicht krank sein. Körper, entscheide dich! Ich kann euch doch nicht sehr viel drüber erzählen, warum man erkältet ist und so. Also, warum? Virusinfektion, ja. Und Virusinfektion... Also, bakterielle Infektion kann man ja mit Antibiotika bekämpfen. Virusinfektion, es gibt nicht wirklich, äh... quasi Anti-Viren-Zeugs, beziehungsweise Viren ist einfach viel zu... Oh Gott. Okay. Hallo Mario, du kommst gerade recht durchs Post. Sehr geehrter Mario, uns wurde mitgeteilt, dass du unsere Teekanne-Beliebungen musst du gefunden hast. Wir können den Teilnehmern der Teeparty unmöglich ihren Tee in einer Kaffeekanne servieren. Also, bitte. Wenn es also keine Umstände erwartet wäre, wäre es vielleicht möglich, dass du uns die Teekanne auf schnellsten Wege zukommen musst? Wir verbleiben mit freundlichen Größenhotel Ultramarino. Okay. Das war ja sehr useful. Haben wir ja schon gemacht, ne? Hm, die sind viel zu gut dafür. Ah. So. Na gut, dann können wir eigentlich hier direkt weg. Und... Zurück zu dem einen Ort. So... Gut, das sollte sich nicht mehr stören. Zurück zu dem einen... Oh nein. Okay, das liegt auf dem Weg. Gut. Ich bin bereit. So. Ist ja nach einem Sprung tot. Beziehungsweise platt. Beziehungsweise farblos. Okay, ruft mal wieder Buddies. Und da nicht zu knapp. So, was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt ein etwas härterer Kampf. Ich habe einen Pow-Block. Und den werde ich benutzen. Und sobald ich den Pow-Block... Ich werde verfolgt. Sobald wir den Pow-Block benutzt haben, benutzen wir... Einmal das hier. Und einmal... Das hier. Und einmal... Ich muss mehr Sprünge kaufen. Na gut, ich habe fast keine mehr. So. Gut. Also einmal umdrehen. Und einmal ein bisschen damage machen. Eins, zwei, drei, vier... Fünf. Und... Eins... Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Und fünf. So. Mit Sprünge kann ich nur rumgehen. Zwei, drei, vier... So. Sobald ich sehe, dass der Kinder tot ist, gehe ich nicht mehr. Ich habe mir wirklich Mühe. Hämmer sind noch ein bisschen knifflig. Aber, ähm... Ich muss sagen, Hämmer waren in den Originalpapern Marios viel easier zu benutzen. Oh, eine Stachik-Karte. Stachik-Karten sind sehr praktisch. Stachik-Karten mag ich. Ah, stimmt. Bonsai-Hein. Da war ja was. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob wir schon alle Rettetorts haben, aber sonst könnten wir da theoretisch weitermachen. Ei des Tages. Für die Bistroase, da können wir doch nicht wirklich viel machen. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich eine orangenen Farbstern. So. Ein Brief von Prinzessin Peach. Wo ist er denn? Hm. Hier unten? Hast du einen Brief von Prinzessin Peach? Urlaub. Keine Autogramme. Hm. Hm. Ich sehe den nirgendwo. Ich frage mich, ob man mit Determination das hier färben könnte. Wahrscheinlich nicht. Hm. Ja. Determination kann halt nicht alles lösen. Nur finale Bosskämpfe. Ich würde mal nicht die Etymologie von Determination... Ah, da ist es ja. Nation interessieren. Peach Post 4. Ups, sie haben einen übersprungen. Aber wir kommen da noch nicht hin. Mario, ich wurde vom Schiff gebracht und einen langen Gang hinlang geführt. Oder ein Gang geführt. Ähm. Es kann keinen Zweifel geben. Ich befinde mich innerhalb von Bowsers Festung. Doch ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Oder wo sie sich befindet. Wir scheinen von Nebel umgeben zu sein. Oder von Wolken. Doch sehr unbesorgt. Mir geht es gut. Diese Peach-Miniatur ist der beste Beweis dafür. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du mich retten wirst, Mario. Bitte, beeil dich! Sehr informativ. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Bonsai-Hein und gucken uns dort um. Das klingt auch noch ein Plan. Oder? Ich finde, das klingt nach einem Plan. So. Scheinbar ist das Postgedöns einfach nur Bonus-Informationen. Bonsai-Hein. Sehr gut. Hoffentlich haben wir jetzt wirklich alles. Sonst wäre das ein bisschen... Nöde sogar. So. Wasser trinken. Also, das sieht mir noch sehr viel aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was? Mir fehlt noch einer! Oh. Oh Gott. Okay. Uns fehlt noch ein Retterdote. Wo könnte der denn sein? Hm. Ich finde, rein theoretisch können wir natürlich versuchen noch... Dings, den zweiten Stern zu holen. Hm. Also im Fliederpark hier. Oder... Im Stachitempel. Da gibt es auch noch mehrere Sterne. Zwei sogar. Ich weiß jetzt einfach nicht direkt, wo der Stern im Fliederpark sein könnte. Ah, hier ist es richtig hübsch jetzt so, weil es wieder grün ist. Mhm. Hm. Wir brauchen halt... Klarer Fall, kein Trinkwasser. Kann ich eigentlich da... Ach, nee. Ich kann nicht einfach so rüber. So. Wir können noch ein paar Farblos-Flecken einfärben. Oh, oh, oh. Hm. Ist das so kompaktisch sein? Hm. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg, aber... Nö. Nö. Stabil! Das ist alles viel zu stabil! Hm. Hm. Vielleicht hier unten. Ah. Hahaha. Hallöchen-Sternchen. Das ging flott. Bam, bam. Hm. Wisst ihr, was ich mir eigentlich angewöhnt habe in letzter Zeit? Ihr seht... Ihr könnt es ja nicht sehen. Ihr seht mich ja nicht. Ähm. Fingerguns. Und so eine seltsame Detektivpose, wo man irgendwie so das... So mit, ähm, Zeigefinger und, äh, Daumen irgendwie so eine... Oh. Das ist einfach nur ein extra Weg. Okay. Aber so ein quasi L macht und... Einfach irgendwie so das Kinn da hinein ploppt. So eine richtige Detektivpose, so. Ha. Shinichi oder Kokoro Mori-like. Irgendwie sowas. Hm. Hm. Nein. Wo ist das denn jetzt? Da unten. Oh Gott. Okay. Da könnten wir theoretisch auch was holen, ne? Nicht im Kolosseum natürlich, sondern hier. Im Terrakotta-Tempel. Und halt Fingerguns, ne? Einfach dieses... Schnippen... Und Fingerguns draus machen, die dann doof fackeln lassen. Ich weiß auch nicht wie, wann und warum, aber ich hab's mir irgendwie angewöhnt. Ich gestikuliere eigentlich meistens sowieso wie wild rum. Apropos. Apropos, Leute. Wir sind jetzt grad eher am Sachen nochmal neu dingseln. Ich habe jemanden getroffen, der Spellforce kennt. Ja, Spellforce. The Order of Dawn. Das Original Spellforce. Und ähm... Ah. Und holy shit. Spellforce ist... Es ist mein Kindheitsspiel. Und ja, es ist mal wieder die... Eine voll süße Lady. Und ich denk mir so... Holy fuck. Also ja, ich bin... Ich bin heute ein bisschen... Ne? Ihr wisst ja damals... Also Leute, die das Dinoblade letztes Jahr verfolgen. Damals hat doch einmal irgendwie gemeint, dass ähm... Mir wird etwas... Das Cross etwas Hunderhaftes an sich hat. Und ich hab auch etwas Hunderhaftes an mir. Hunde... Haftiges. Wuffiges. Jo. Lasset mich bitte... Ach... Ne, ich käme jetzt nicht gegen euch. Ich bin nur zum Stern. Weil... Ich meine... I get really excited... Really easily. Dankeschön, Spiel. Ähm... Ich zeige beide Gefühle relativ offen. Also... Man... Merkt... Man sieht es mir an. Also... Ja doch. Wenn... Wenn ich voll glücklich bin. Oder wenn irgendwas nicht stimmt. Oder so. Und ja, ne? Also... Wär ich ein Tier, wär ich sicher irgendein... Wünschen. Verdammt, das wollte ich nicht. Hm... Ich will eigentlich nicht gegen euch... Kämpfen. Da hab ich jetzt gar keine Lust drauf. Und... Flucht. Ich sollte doch voll im Stachy fliehen können. Sehr schön. Hier verliert man ja gar... Gar kein Cash Money durch die Flucht. Im Land anderem Paper Mario... Teils... Richtig hart viel Kohle verloren. Und hier einfach... Willst fliehen. Gut. Vielleicht hast du wenig KP. Vielleicht hast du wenig Karten. Vielleicht hast du wenig Karten. Wir verstehen's. Wir haben... We got your bag, bro. Und die Umgebung macht hier teils absurde Schäden. So. Äh... Zu Spellfoss. Da hab ich mir sogar überlegt, ob ich da nicht vielleicht irgendwie ein Let's Play irgendwo mal zu machen. Wait. Es ist ein sehr, sehr altes Spiel. Ich glaub das ist aus 2001 oder so. Für PC eben. Aber es ist so gut. Das hat sowas von... Das hat sowas von... Ähm... Mein World Building und so Gedöns... Ähm... Beeinflusst. Holy Shit. Also wenn ihr mal richtig geiles RPG zocken wollt. Ähm... Also es ist ein RPG-RTS... Ähm... Mischling sag ich mal. Richtig guter. Also wenn ihr sowas mögt. Und wenn euch alt... Also wenn euch ein bisschen ähm... Alt-Ältere Grafik nicht groß stört. Sag ich... Oh Gott. Ich muss den plätten. Sonst hab ich ein Problem. Äh... Oh nein. Oh Pisse. Genau das hab ich jetzt gebraucht. Hm. Ich darf nicht mal fliehen. Also da ist der Pau-Block und da sind die Sprünge. Also eins... Also das hier ist der Pau-Block. Ja sie macht halt die Flucht kaputt. Ich kann... Das nicht mehr antippen. Eins. Eins, zwei, drei. Und das hier. Das muss ich noch einfärben. Das ist schon eingefärbt. Ja. Ich bin nicht ganz aufgeschaut. Geil. Ich auch. Boah. Deshalb bin ich heute ein bisschen aus dem Häuschen gewesen. Und das war vielleicht ein bisschen... Naja... Ja. Viele Leute finden es erschreckend, wenn es dann die... Das... Das Mädel da... Wie von der Tarantel gestochen irgendwas macht. Würde ich nämlich jetzt... Ich nehm jetzt einfach mal ein Stachy und scheiß drauf. Mir ist ganz schwummerig. Aber ich bin halt so. Früher war ich nicht so, als ich noch ein Kind war. Also... Vielleicht, als ich noch ein Kind Kind war. Aber so nach acht Jahren war Schluss. Und bis ich so 18 war. Und dann ab 18 hat sich wieder alles gebessert. Ach ja. Mal gucken, wie oft wir dieses Mal runterfallen. Hoffentlich nicht allzu oft. Äh. Äh. Hilfe. Nein! Warum bin ich gesprungen? Das ist dieser... Kennt ihr das in Jump'n'Runs? Wenn ihr eigentlich einen richtig krass harten Sprung landen würdet. Aber ihr verkackt's dann. Weil ihr meintet, ihr würdet hier nicht landen. Und ihr deshalb nochmal gesprungen seid. Nur um zu sehen, ach du Scheiße, ich bin ja gelandet. Sag richtig. Und dann springt ihr in den Tod. Ich glaub, das ist so ein relatable... Jump'n'Run-Feel, das einfach alle gefühlt... Kennen. Ist doch nicht so schwer gewesen. Und jetzt kommt wieder Perspektive. Warum mach ich das eigentlich on-screen? Naja, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt hab ich schon Sachen erzählt. Wahrscheinlich jetzt bleib ich raus. Die hab vielleicht einen coolen Game-Tipp erfahren. Ich weiß nicht, Spellforce hat natürlich einen Nachfolger. Spellforce 2, äh... Shadow Wars. Ist ganz gut. Aber... Scheiße, Perspektive. Ähm, die epische Story vom... Vom... Ja, vom Spellforce... Ja, die ist halt nicht unbedingt drin. Aber die Charaktere sind cool. Vor allem Schattenlead. Holy shit, Schattenlead. So. Es ist ja ganz gut. Dragon Storm geht auch noch dann das erste... Das erste Add-on. Damals waren das ja noch Add-ons. Boah, ich bin nicht jetzt richtig alt. Aber... Alles, was dann später kam... Kommt. Was ist das? Es geht ja nicht in die Torture. Es existiert nicht. Also dieses, äh... Destiny of bla bla und das andere Ding. Das ist non-existent. Es ist halt so ein richtig krass... Es geht einfach gegen das ganze Worldbuilding, das die erste und zweite Teil aufgebaut haben. Und ich hab aber irgendwie gehört, dass jetzt ein Spellforce 3 rauskommen soll, das vor Spellforce 1 spielt. Mein Panzer ist so klein für mein Ego. I feel you, bro. Und ich weiß nicht. Ist natürlich gut, weil dann... Dann ignorieren sie einfach den... Den Scheiß, den da... Ähm... Nordic Games gemacht haben. Äh... S-s-s-s-s, es war aber schlecht. Ich weiß nicht... Ihr könnt nicht den Ausdruck schwedische Gardinen benutzen in einer Welt und in der es keinen Schweden gibt! Das geht nicht! Das ist... Das ist... Das... Das ist... Nę. Und vor allem... Wenn ihr irgendwie sowas macht... Von wegen, äh... Ja... Drachen sind Assis! Die helfen eigentlich nicht so gerne! Und ihr dann... Dann... Irgendwie sowas macht... Von wegen... Also das... das richtig dann schlecht macht. Und vor allem, wenn ihr dann Schatten nehmt, die quasi der beste Charakter ist, einfach nur out of character wie Susch bis macht, dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll, ne? Hm. Boah, sorry, Leute, das regt mich einfach auf. Brennst du jetzt eigentlich einfach mit? Ja, geil. Ich hab mich einfach irgendwie zum Blauen Schalter dahin geh. Ach, das stimmt, das macht ja das hier. Wir müssen halt da runter zum roten Sternchen. Au. Rippin' Piss, ne? Beziehungsweise Rippin' Lava. Uah, nein, 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 nein. Scheiße. Okay. So, einfach nicht allzu gestresst, äh, vor den Backkartoffeln hier Angst haben. Das ist alles noch relativ locker flockig. Plus oder Minus. Ich hoffe einfach noch nicht, dass wir den Riesenstach hier am Ende wieder bekämpfen müssen. Das fände ich jetzt ein bisschen cool. Weil wir haben ja den einmal besiegt, ne? Wir haben es ja auch nicht. Das soll knapp unbedingt sein. so. Vielleicht nicht zum Item. Ah! Gott! Ich passe doch ganz schön auf die Seite dann. Ja, genau. Und dann wieder ganz schön hier hin. Oder habe ich es geschafft? Sehr gut. Jetzt geh runter, Lava. Oder? Ah, stimmt. Ich muss auf den Schalter treten. So. Na, komm. Sehr gut. Hoffentlich öffnet uns das jetzt irgendwie einen anderen Weg. Sonst weiß ich auch nicht. Nicht einfach nur einen anderen Weg zu einem gleichen Gebiet, sondern halt echt einen neuen Weg. Zu einem neuen Gebiet. Aber wir kennen das Spiel ja. Das denkt sich manchmal... Oh, ich bin so cool. Ah, sehr gut. Neues Gebiet, Leute. Neues Gebiet. Oh. Das sieht sehr vulkanig aus. Und rot. Das gefällt mir. Ja. Ist irgendwas rot, gefällt es der Charo wahrscheinlich. Das kriegt wenigstens Pluspunkte. Vulkan Sienna. Hm. Sienna-rot ist echt. Boah. Boah. Das ist von Faber Castell. Von dem Polycomo. Sienna-rot. Hm, hm, hm. Ah. Okay, ein Vulkangebiet. Das wird lustig. So. Das ist wahrscheinlich Peach-Betro 3. Upsi. Naja. Oh, was geschieht nun? Fliegt das Schiff etwa in etwas hinein? Doch, wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind die hier nur? Okay. Oh. Das ist voll süß die Mario, das ist auf, ne? Sprichst du mich an? Bist du nett? Der Vulkanverhältnis ist hier in meiner Ecke richtig schön kühl. Er ist der einzige Zufluchtsort vor der Gluthits und er gehört mir. Oh. Hm. Sieht sehr heiß aus. Hier ist es so heiß, es fliegt an der Decke von der Dose. Muss wohl daran liegen, dass wir geradewegs in einen Vulkan rein marschiert sind. Wo wir gerade über Offensichtliches reden. Fall mir bitte nicht in die Lava, okay? Wow. Das muss doch extra hervorgehoben werden. Fall nicht in die Lava. You can do whatever you want, but don't fall into the lava. The floor is lava, guys. Okay. Aber ich will mal sagen, an dieser Stelle... Oh. Oh, ist das eine Idle Animation? Wo Mario was schwitzt? Na komm, mach's nochmal. Wie super ist das denn? Also Leute, ich danke euch vielmals fürs zugucken. Und beim nächsten Mal machen wir den Vulkan unsicher. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.